Bei der Notizen-App von neulich, bei der man Notizen schreiben, speichern, laden und sich auch vorlesen lassen kann, da scheint es wohl so zu sein, das läuft ganz gut mit dem Vorlesen unter Android 12 und 13, aber so alles was vor Android 12 war, also 10 und 11, da bleibt der Lautsprecher stumm. So, das habe ich mir mal angeschaut. Ich habe mir im Emulator ein paar ältere Android-Geräte zusammengebastelt. Ich habe mir ein Pixel 4-Gerät mit Android 10 und ich habe mir ein Pixel 6a-Gerät mit Android 11 gebaut, habe das dann getestet und da kam in der Tat nichts heraus. So, das wollen wir jetzt in dieser Sache mal ein bisschen ändern, wollen gucken, wo man das liegen kann und wollen ein paar Workarounds zusammenbauen, mit denen man auch mit Android 10 und 11 arbeiten kann. Die erste Sache ist das Manifest, das heißt, wir öffnen das Manifest. Erst in der Projektoberfläche haben wir hier das Android-Manifest zu der Applikation. Im Manifest können wir unter Queries das Intent den TTS-Service hinzufügen. So, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir erstmal den Zustand erreicht, dass Geräte nicht mehr abstürzen. Unter Android 10 und 11 hatte ich auch Ergebnisse. Einige waren still und einige sind abgestürzt, da ist die App uns dann um die Ohren geflogen. So, in dem Moment, wo wir das hier einführen, ist das mit dem um die Ohren fliegen zumindest vorbei. Aber das Lautsprecher bleibt immer noch still. Wir haben also immer noch kein gutes Ergebnis. Ich habe dann hier mal Folgendes gemacht. Ich habe unter OnInit die Methode mit ein paar Lockmeldungen gesehen, wo ich mal einfach gucken will, was passiert in der Methode. Ich gebe mir eine Lockmeldung aus mit dem Value-Wert, dem Status-Wert, ob das OK oder Error ist. Und ich gebe mir eine Meldung aus mit dem Text, den ich vorlesen lasse. Und starte dann die App und gucke mir das Ganze mal an. Ich wähle dazu mal ein Gerät, das Pixel 4 mit Android 10. Und dann starten wir da mal die App. So, die App ist jetzt gestartet. Das gebe ich mir mal ansonsten Test ein. Und ich höre erst mal gar nichts. Das Ding schweigt. Jetzt schaue ich mir mal das Lockhead zu der Situation an, zu dem laufenden Programm. Das haben wir hier. Das heißt, ich bekomme noch eine Debuttmeldung-Button vorlesen. Ich bekomme ein Successfully Bound to TTS. Und dann passiert nichts. So, das Ganze schaue ich mir jetzt mal alternativ dazu auf einem Gerät mit Android 12 an. Ich beende das also mal. Ich starte jetzt mal ein neueres, ein Gerät Pixel 7 mit Android 12. Ich starte dann die App auf diesem Gerät. Und dann starte ich die App auf diesem Gerät. So, die App ist gestartet. Ich aktiviere hier nochmal den Lockhead. Ich muss dann... ...druhe achten, dass der Lockhead auch im richtigen Pixel 7 AP 31 ist. Ich gebe hier mal einen Text ein. Und Sachvorlesen. So, und hier kriege ich schon einen Unterschied. Ich mache das nochmal. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage Vorlesen... ...nach ein bisschen hier. In dem Moment, wo ich sage Vorlesen, auch hier, er macht Successfully Bound to TTS. Dann kommen nochmal zwei Sachen, die ich vorher nicht hatte. Connected to TTS Engine und Setting up the Connection. Dann wird auch mir meine Debug-Values, der Value und der Text angezeigt. SST, den er vorlesen soll. Das heißt mit anderen Worten, diese beiden Sachen werden... ...diese beiden Sachen und die folgenden Sachen werden schon gar nicht ausgeführt. Ich habe halt kurz ein Problem mit dem OnInit. So, jetzt dreht das Ganze mal wieder zurück auf ein Gerät mit Android 10 oder 11. So, das habe ich hier. Jetzt überlege ich mir, was kann passiert sein. Das Vorlesen über OnInit, das ist ein asynchroner Task, der da läuft. Und jetzt kann es natürlich sein, ich schaue mir mal an, wo der gestartet wird. Nämlich hier. Hier starte ich ihn und beende ihn gleich danach. Jetzt kann es natürlich im Prinzip sein, dass das Shutdown im Prinzip den Task beendet, bevor er mit dem Vorlesen fertig ist. Das wäre eine mögliche Erklärung. Das Shutdown soll ich machen, damit die Ressourcen wieder freigegeben werden. Aber ich baue das Ganze einfach mal um, indem ich den Shutdown hier rausnehme und den in Abhängigkeit von der Android-Version einbaue. Das habe ich hier schon mal gemacht. Ich mache mal die Cummins weg. Ich nehme ihn an dieser Stelle raus und schaue erst mal nach, was für eine Version ich habe. Wenn ich über bzw. größer gleich 12 bin, dann mache ich den Shutdown. Ansonsten mache ich ihn hier nicht. Fairerweise müsste ich ihn dann allerdings irgendwo anders machen, weil er wird empfohlen, laut Dokumentation, damit die Ressourcen wieder freigegeben werden. Aber erst mal, wenn ich mit Android 10 oder 11 arbeite, nicht an dieser Stelle, damit er mir nicht gleich wieder dazwischen haut. So, wenn ich das gemacht habe, dann probiere ich mal aus, wie sich das auf einem älteren Gerät verhält. Ich lasse es mal wieder übersetzen. So, das habe ich jetzt am Laufen. Und auch hier wieder, ich aktiviere mir den Lockhead nach dieser Änderung. Ich hoffe, dass ich das Pixel 7... Nein, ich brauche den Lockhead für Pixel 4. So, hier habe ich ihn. Und dann tippe ich mal einen Test an. Ja, jetzt kommt auch der Lockhead ins Laufen. Es sieht schon wieder ganz anders aus. Das heißt, ich wiederhole es nochmal. Das heißt, auch hier, jetzt mit dieser Änderung, gehen wir dann zurück. Der Button vorlesen wurde betätigt. Ich bekomme die Successfully Bound. Ich bekomme Connected. Und ich bekomme das Setup Connection. Er zeigt mir anschließend meine Werte an. Und ich höre auch, was über den Lautsprecher. Das ist momentan ein bisschen zackt, weil da vieles über den Lautsprecher direkt. Aber er liest jetzt sauber vor, wenn diese Änderung drin ist. Das heißt, kurzer Hand, lange Rede, kurzer Sinn, um dieses Problem mit dem asynchronen Task zu lösen. Und dem Shutdown. Da sagen wir einfach, wenn du kleiner Android 12 bist, dann machen wir nicht den Shutdown direkt hier an dieser Stelle, sondern bauen den woanders ein. Und dafür bekommen wir dann ein sauberes Vorlesen. So, ich habe nochmal jetzt einen Text getippt. Jetzt wollen wir es nochmal testen. Oder direkt auf meinem Smartphone, was übrigens in Android 11 hier im Test gerade ist. So, klingt es auf dem Smartphone. Das heißt mit allen Worten, wir haben jetzt hier einen kleinen Workaround gebaut, mit dem ich auch bei älteren Android-Versionen das Vorlesen aktivieren kann. Und haben das Problem damit gelöst. Und ihr könnt es dann auch weiter rund machen. Sicherlich denkt dran, das Shutdown muss noch irgendwo eingebaut werden. Aber so habt ihr jetzt eine Möglichkeit, auch wie ihr den Test selbst aufbauen könnt, das Ganze rund zu bekommen. Und wie immer gilt natürlich, diesen Text über dieses Video und auch über die anderen Videos könnt ihr bei uns im Blog nachlesen. Im atvnc.weblog, im Android-Kochbuch. Da haben wir ihn aufgeführt und da haben wir auch den Text-Notizen-App und Text-to-Speech-Probleme. Da findet ihr nochmal das gesamte Skript zu diesem Video.